Das tut! Auch dort spielen die Kinder schön! Die Eltern sind auf der Hand, dass die Kinder so ruhig sind. Ja, wo sind die Kinder? Die beiden sind im Schlaf, die waren lange oder die Arten, die sie waren. Und hatten ein Doktorspielchen. Der Junge untersucht das Mädchen. Und das Mädchen untersucht die Kinder. Wenn das Käptein und das Schlafen war, und wenn das früher erlebt werden, dass viele Kinder haben, ja, was machen wir so? Tür auf, wir machen zusammen, und das Mädchen sagt, die, und 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 die. Boah, ein Aufkommen, mein Lieber! Die, und die, und die, und die, und die, und die, und die. Nein, das ist eine ganz natürliche Lebensphase, der Doktor spielt jetzt nicht. Wer ein Geschwisterchen hat, ein Geschwisterchen hat, ein Mädchen hat, ein Junge hat, früher, ja, Schleppel, die lernen, da ganz anders mit uns zu gehen, äh, auch die Dachtheit, und die, und die die auch, wenn es nicht hat, die machen doch die Spiele. So, ich möchte jetzt die Abfragen, jeder, die bei eigener Erfahrung bei Doktorspielen, ja, nach der dem bisschen Zeit. Ich bin typisch, also, wieder, ja 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 auch ja 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 ja